Es sollte gehen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange. Na. Dann setze sie auch einen hin. Heute hin müssen sie? Ist sie behindert? Das kommt wieder auch nicht. So oft. Na, könnte man gleich einen 2-2er-Team machen, wäre natürlich interessant. Ja, keine Ahnung. Oder auch nicht. Oder 3-1. Jo, glaube ich eher. Ne, doch nicht. 2-2. Oh, wie bei dem Team. Oh, nein. Nicht Wüstensprit... Um-Bau-Skip-Ball. Um-Skip-Bau. Um-Skip-Ball. Um-Skip-Ball. Um-Skip-Ball, ii. Das war ja immer noch von alleine. Ja. Normalerweise müsste ich ja mal die Controller... ...abziehen. Mach doch. Ja, ich weiß nicht, ob der gleich wieder connected hat. Ne, dann musst du ja oben die Controller einstellen. Mach da eben, probier mal. Das ist genau so, wie früher mit dem Controller. Ach, cool, geht der hier. Das ist genau so, wenn du wirklich einen 64-Controller-Tool hattest. Ja, dann. Kann man? Ja, ne? Aber kennst du das, ne? Nö, ja. Kannte ich doch nicht. Ich kann das immer nur bei CCDs, beziehungsweise die Disketten dafür machen. Ja, ab und zu hatte ich das mal. Ja, ich durchwaschen, aber. Ich weiß nicht, dass ich einfach gelaufen bin. Fagen. Dimm, 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 dimm. Bam. Sieht so. Ne, wie gesagt. Ich hatte das nur einmal kurz rausziehen und pusten und dann ging es so. Ja... Da ist mir schon fast wieder sehr angeschlossen gewesen. Ja. Oh, Minus 10 sogar. Hey, ich will gleich noch Pflanzen setzen. Ich finde das kalt als Bild von Vario. Ja, ne? Fünf. Ein Schnurrbart würdest du doch aufwachsen lassen. So eine fette Knollnase, ne? Ja, ja. Komm Peach, setz' ne Pflanze endlich. Schon längst welche gesetzt. Naja, ich hätte schon längst zwei Stück setzen können. Ja. Zumindest. Boah. Die Zeit hat Luft, ne? Todstall. Ich glaube, da bestimmt jetzt auch einer so. Oh nein. Knapp. Das war wirklich knapp, ja klar. Kann ich da nicht noch einen? Oh, sicher. Ich wollte, ich habe schon gedacht, einfach alles zu kaufen. Hm. Dafür wirst du nie die Münzen haben. Oh doch. Ja. Nee. Komm auch nicht wirklich voran. Naja. Mühsam an Hain. Mühsam älten jetzt nicht das Eichhündchen. Ah. Dann fahren wir mal ne Runde, ne? Ja gut. Ready? Go! Na Peach, mach doch schneller. Naja. Naja. Und was gefallen? Mir tut der Finger weh. Peach, drück doch nicht auf die Bremse! Du blöde Nuss! Macht Donkey Kong aber auch. Komm schon! Donkey Kong hat zu oft die Bremse gewonnen. Ja. Record! Basti. Nee. Ich habe sogar einmal daneben gedrückt die ganze Zeit. Mein Donkey Kong? Ja, aber auch ich habe bei mir immer ein bisschen daneben gedrückt. Ja, richtig. Es war nicht so sexy. Du hast eigentlich nicht wieder Donkey Kong mit deinen Schatz genommen. Warum? Ich habe nur nicht wieder Danke genommen, dein Schatz genommen. Na, warum? Sollte ich. Gehst du auch wegen. Ja. 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 Was ist eigentlich wenn du dich kaufen kannst? Ist ja automatisch noch Pause? Ich glaube ja. Ja. Oder spendiert ihr da eine Runde? Tschüss, Peach! Ich glaube, du bist automatisch. Ich glaube, du bist automatisch. Ja. 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 Boa, Bossesgeball. Boa, bombesgeball. Bombsgeball. Natürlich habt ihr... ...wei. das kann was werden du hast mich auch einmal noch einmal saß der neber und bist sofort wieder aufgestanden ja aber ich ziehe ganz schnell gern den hochgesprungen abgeworfen ich wollte ihr wusste nämlich die aber auf center der wird abholen ich habe mir keine sorge gemacht obwohl auf normal ist das nicht so leid jetzt mal auch normal glaube ich keine ahnung schuldig zu lange abgeben weil ich jetzt einfach ganz viele pflanzen habe ich die chancen stern zu kriegen als bei bursa lang zu gehen durch münzen ja ich brauche nur 1 würfeln was passiert jetzt Achso, gib mir einfach drei Minzen. Vor allem, wo einer gewinnt wird's los. Ja, klar. Ja, ich bekomme kein, ich weiß. Ich muss sagen, ich habe in der Runde ja schon einen Stern gemacht. Ja, wirklich. Deswegen ist es ja gut gewesen, doch. Jetzt kauft er eine Pflanze. Klar. Was muss, was muss. Nachhilfe gehst du noch selber drauf. Da, 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 da. Was passiert jetzt, wenn du da drauf gehst? Okay. Den, 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 alle gegen mich wahrscheinlich. Schade. Draußen bleibe. Schlüssel wieder. Welcher Idiot den Schlüssel? Ja, stimmt, dein Computer. Ja, war ja klar. Kann auch nichts machen, nur springen. Springen und laufen. Ja. Schön, dass ich mich direkt zu den Viechern nenne. Ja. Ja, wie gesagt. Geh weg! Ich habe mich in das Viech reingestellt. Ja, und ich bin auch im Kopf einfach rumgesprungen. Bin ich! Wie einfach fast Donkey dich einfach versperrt komplett. So rumpsen mit Rollen. Bitte so. Niemand dürfte was verdienen, außer ich. Puh!